Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Ernestos de Pestos, Valverdos hier und herzlich willkommen zum nächsten The Devil in Me Let's Play. Freunde, wir lassen das Licht flackern wie Nosferatu bei Spongebob. Tot Leben, tot Leben! Und heute geht es weiter mit der nächsten Folge. Wir haben Geräusche aus der Wand gehört. Wir hatten in der letzten Folge eine Konversation am Tisch gehabt. Und genau hier machen wir weiter. Ich hoffe, ihr seid ready, ihr habt Bock. Und ja, Resident Evil ist gestern vorbeigegangen. Deswegen wird morgen wahrscheinlich ein neues Let's Play auf dem Kanal kommen. Ich weiß noch nicht, ob wir Need for Speed spielen werden oder Kalisto-Projekt zuerst. Ich weiß noch nicht. Schreibt mal in die Kommentare, worauf ihr Bock habt. Aber das neue Need for Speed kam gestern raus und ich könnte es morgen hier auf dem Kanal bringen. Schreibt es in die Kommentare. Ich würde sagen, wir starten rein. Let's go. Und auf einmal hat sich da irgendjemand an der Wand versteckt. Bruder, die ist doch die Einzige, ne? Guck mal, wie ihr da chillt mit ihrem Kameragerät und Mikrofon. So. Kopfhörer. Was sind das für Geräusche? Hört ihr das? Und immer die Leute, die schreiben, ne? Ich krieg die Krise, ne? Ihr schreibt mir alle, spiel mit Headset, spiel mit Headset. Okay, wir werden bald mit Headset spielen, Leute. Aber ich hab meine Boxen so laut aufgedreht. Ich hab mein Mikrofon so perfekt eingestellt. Ihr hört das gar nicht. Ich könnt jetzt laut Musik hören. Ihr hört das nicht. Ich könnt jetzt hier einfach hier Party machen. Guck hier so. Hier. Oh, ihr hört gar nichts, Digga. Ich mach einfach nur die Musik. Versteht ihr? Ich bin der DJ. Okay. Weiter geht's. Bruder, ich komm da. So ein Abdi. Ich kann nicht mehr. Bruder, meine Kopfhörer sind viel zu laut. Ich schwör auf alles. Ah, das ist eine Vorahnung. Lol, hab ich gar nicht gesehen. Achtet. Ach du Scheiße. Die wurde einfach erstochen. Okay, jetzt hab ich alles gesehen. Bruder, hat der Wikileaks verloren? Oder was holt der da so rum? Begraben sie mich, euer Ehren. Füllen sie meine Holzkiste mit Zement. Begraben sie mich tiefer als alle anderen und bedecken sie den Boden mit mehr Zement. Denn glauben sie mir, der Tod allein wird mich nicht davon abhalten, wieder zu morden. Wisst ihr, was ich machen würde an dieser Stelle? Ich würde mir sofort die Hilfe suchen von den anderen, Digga. Denkst du, ich würde alleine rumlaufen mit so einem Ding? Die Hinrichtung von Henry, Henry Holmes. Krank. Wurde der wirklich so hingerichtet damals? Bitte nimm das. Oh, viel besser. Ich schwörfe an, ey. Wo kommt dieses Geheule her, Alter? Die maulende Myrte von Harry Potter. Hä? Hä? Ey, der Weg ist weg. Ich schwörfe alles. Der Weg ist weg, Freunde. Oder nee, doch nicht. Mach dir bitte keine Sorgen. Das tue ich aber nicht. Conrad ist weggegangen. Wir sind nicht. Bruder, ich bin blind. Nee, Bruder, irgendwas passiert hier. Ich mein's ernst. Können Sie für alle ein toller Kurs? Oh ja. Malakasuflaki. Guck mal hinter mir. Schatten, der Schatten. Oh, das Blut an der Tür. Ich kann nicht mehr. Ich schwörfe alles. Jetzt wird das echt zum Horrorspiel. Jetzt wird das echt zum Horrorspiel. Guck mal, der kommt raus aus deinem versteckten Hundesohn. Abdi. Bruder, ich drehe durch, Alter. Sie kennen mich, ich seh nix. Mach Licht an. Bruder, mein eigener Schatten nimmt mich shops, Digga. Ich sag euch so, wie es ist. Du kleiner Pisser, ich bin da. Soll ich da drauf drücken? Oh mein Gott. Digga, der bringt trotzdem um. Was ist das für ein kranker Typ? Obwohl er tot ist, hat er noch so ein Haus gebaut, der Hundesohn. Bitte lass mich jetzt jemand anderen spielen. Oh, geil. Endlich ein bisschen chillen. Aber Bruder, krank. Das ist wirklich so ein Folterhaus. Wir wurden ja einfach verarscht. Verdammt. Sicherung. Ich glaub, jetzt wird das Spiel spannend, Digga. Sicherungskarsten. Was ist denn mit Karsten los? Schalt den Strom wieder ein. Sicher? Ja, geil. Ihr merkt, Leute, Ernesto Averde kriegt Angst, sobald er singt. Scheiße. Hallo? Mr. Domet? Mr. Duzibi, der Schwanz ist abgehauen. Wird langsam Zeit fürs 21. Jahrhundert. 2017? November, 17. November. Stell dir vor, da wäre jetzt mein Geburtstag am stehen. Ich wäre durchgedreht. Was ist das denn? Sie sieht zehn Jahre jünger aus. Wie schafft sie das? Badehaus, Maniküren, das Geheimrezept aus Europa neu im An... Naja. Creme, Alter. Mit eigener Pisse. Bam. Mein Gott, Alter. Bin wieder auf 180, dieser Horror-Morror. Open the door, please. Put it to you. I hate the Pisse. Was steht da? Richarlison, Alter? Richardson. Mein Gott, hätt ich das mal vorher gesehen, Alter. Hätt ich gesagt, er hat seitfalls hier ein Tor gemacht. Mr. Edwards, blablabla. Sehr gerne, Mr. Edwards. Wie gewünscht haben wir die Änderung an ihrem Testament vorgenommen. Ein Zusatz wurde hinzugefügt, welcher besagt, dass das gesamte Anwesen im Falle ihrer Beider Tode, tot an Mr. Richard Belkamp übergeht. Wir empfehlen Ihnen zu vervollständigen und in Ihrer Unterlage eine Kopie dieses Briefs an Ihren Anwalt zu senden. Sie können Ihr Testament und Ihre Lebensversicherung jederzeit einsehen, wenn Sie sich bei Ihrem Online-Konto anmelden. Jessica Maxwell. Okay. Testament. Das Testament. Es ist ein Horror. Ein purer, blanker Horror. Einst waren wir in einem Haus gefesselt. Oh mein Gott, dieser verdammte Schatten, du Hundesohn. Boah, das ist dann hier wieder... Ja, ich scheiße auf dein Grand Opening, Alter. Mit deinem scheiß Kalender. Guck auf dein Handy, das ist auch Kalender. Dann brauchst du so eine Scheiße nicht mehr, kriegst du die Krise, Alter. Weiter, immer weiter. Ey, Mann, das Spiel war so angenehm, ne? Jetzt wird's echt ekelhaft. Hier ist Blut, ne? Toll. Auf in den gruseligen Wartungsraum im Gruselhotel auf der Gruselinsel, wo wir eine Doku über Serienmörder drehen, ganz allein und ohne meinen Taser. Selbstschuld, Jamie. Du bist selbst schuld. Triff bessere Entscheidungen. Viel Spaß mit deinem Erinnerungsstück. Ben at Killer Felicia. Aber dreh das doch um, meine Güte, Alter. Bruder, ich hab doch R2 gedrückt. Rechter Stick? Ja, bitte. Liefer das ist hier. Online-Auktion für Serienmörder Erinnerungsstücke. Name des Gegenstandes, ey, steh ich auch ums Hut. Alter. Der lebt hier einfach quasi weiter in diesen Puppen, der Typ. Und hat hier alles. Das ist schon krass. Also, die Idee vom Spiel finde ich jetzt gerade immer geiler und geiler. Dass der Typ hier einfach... Ah, das ist der Raum, wo wir gerade waren, oder? Ja. Das ist die Küche. Wir haben jetzt quasi eine Abkürzung geschaffen. Überall liegen hier irgendwelche Sachen rum, ne? Mr. Clark, Herr Bellkapp hat weitere Renovierungen für den Wellnessbereich des Hotels angeordnet. Wir sind dabei, einen konkreten Vertrag auszuhandeln und möchten, dass die verbleibende Mannschaft einen Kostenvorschlag kalkuliert. Mr. Bellkapp, eine detaillierte Aufschlüsselung von der von Ihnen gewünschten Arbeiten übermitteln. Sobald wir Ihren Bericht haben, werden wir eine Ersatzmannschaft schicken, um Sie und Ihr Team für eine Weile zu entlasten. Und bis dahin bitten wir Sie, sich weiterhin an die Bedingungen der Geheimhaltungsvereinbarung zu halten und diesen Zeitraum als eine Verlängerung des vorherigen Vertrags zu betrachten. Okay. I understand. We go to this site right now. Was haben wir hier? Schon wieder Briefe? Okay. Wir lesen uns das durch. Das ist alles interessant. Sehr geehrte Bellkapp, das 4. Januar 2017. Im Anschluss an unsere Gespräche bezüglich der Erwählung des Hotels, um es in eine Touristenattraktion zu bewandeln, haben wir die notwendigen Bauarbeiten unter Berücksichtigung der neuesten Entwürfe kalkuliert. Auf der nächsten Seite finden Sie eine Aufschlüsselung der Arbeiten sowie einen Voranschlag der Kosten. Die Arbeit kann am Dienstag, 17. Januar wieder aufgenommen werden und wird in etwa 10 Wochen dauern. Die Bauarbeiten wären somit wahrscheinlich am Freitag, 15. März beendet. Bitte kontaktieren Sie mich. Ach so. Oha. Ach so. Okay, wir müssen gleich nochmal auf den Erweiterungen, Verstärkung von Räumen zur Unterbringung von Anlagen, um Teile davon zu bewegen. Installieren von verschiedenen Fernbedienungsempfängern im gesamten Hotel, überholen des Rohrsystems, insbesondere im Keller, Kosten für verschiedene Baumaterialien ausführliche Auflistung. Diese Melodie macht mir Angst, ne? Ich mein's ernst. Ich will nochmal den Brief angucken, weil dahinter bin ich mir da gar nicht umgedreht. Ich hab ja nur gelesen, ich dachte das nur von vorne. Jazz, Planung und Zerfektion, Laura, Elektrik und Baustellen, Frank, Ingenieurbüro, Büro, Gebühren, Monika, Genehmigung, Logistik, Umwelt, Anders. Anderes, ach so Anderes, Ryan, Aushub und Abriss. Was ist hier passiert? Horror, 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 deine Mutter. Lol, guck mal das Ding, kennt ihr das noch? Damit hat er die doch damals umgebracht, also in der allerersten Folge, wo die da am Baden war. Oh Gott, jetzt hört zu. Geht das nicht? Warum geht das denn nicht? Ich halt mal gedrückt, vielleicht bringt das was. Gedrückt halten. Ne. Vielleicht brauch mal ein Batterien. Die muss auf jeden Fall gut Rille gemacht, Alter. Da müsste er dumm, dummett. Hat die anscheinend gut Rille gemett. Hat das Bild grad nicht geleuchtet, Freunde? Oder bin ich dumm? Vielleicht ist das wieder eine Vorahnung, dachte ich aber. Eskuras Minze. Soll ich mal Still Drey spielen hier drauf? Komm, lass mich mal Piano spielen. Den, 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 den. Was war denn hier für ein Kino? Genau, ihr habt geschrieben, ich soll genau gucken, weil es kann sein, dass ich ein paar Sachen übersehe. Ich versuche jede einzelne Ecke abzusuchen. Die Sicherung. Die Sicherung. Ja, wo sind die Scheiß-Sicherungen? In dieser Türe bestimmt. Oh mein Gott. Die hat die Türe. Ach du Scheiße. Wir sind in der Hotel-Lobby, Alter. Boah. Brauchen wir wieder einen Schlüssel. Mann, das ist so krank, dass ich immer noch so scheiße erschreckbar bin bei Horrorspielen, ne? Das geht mir so auf den Sack, Mann. Ach, jetzt wird schon wieder was geändert hier, warte mal. Was ist denn das? Hm. Kate wird kreativ mit Charlies Script. Langsamer schwenkt durch das Foyer, Etablieren der Atmosphäre. Lieber eine Reihe von Überblendungen zwischen wichtigen, okay, eine Hand kommt ins Bild und drückt sich die Kritik auf. Okay, das ist quasi der Plan, wie die das vorhatten, dieses Konzept. Cut to, auf Kate, langsame Fahrt zurück. Also einfach, wie die das filmen würden. So, okay. Aber guck mal, ich darf nicht vergessen, Frau, das dürfen wir nicht vergessen, es gibt immer von jedem Brief eine Rückseite. Deswegen einfach mal umdrehen und dann geht's weiter, seht ihr? Doch, man kältet in der Kamera weiter, zeigt den Bericht. Es mag wirken, als wäre ich in die gefährlichen Tage zurückgekehrt, aber ich kann Ihnen versichern, dass ich mich wohl behalten im heutigen Idee neu befinde. Das ist halt einfach dieses Konzept. Also, das ist jetzt, glaube ich, nicht so interessant. Das juckt mich auch nicht, wie die da filmen und sowas. Das ist jetzt nichts, was uns weiterbringt irgendwie hier. Aha. Brett Fischer, Rachel Davis, Scott Thorn, Harrison Lee, Thomas Kurt Hall. Der Kurt Jackson ist wieder am Jackson. Versuche hier alles abzusuchen, Freunde. Jetzt will nichts übersehen. Junge, diese scheiß Sicherung, Alter. Okay. Also, ich meine, wir haben alles ein, dann können wir jetzt hier hochgehen, weil da ist noch so ein Schild. Oder wir gucken mal, wo kam er denn her? Kam er von hier? Ne, warte mal. Ey, Digga. Ach, Digga, wir waren ja. Ach, sorry, Leute. Wir sind ja von Anfang an hier schon gewesen. Wir müssen halt aber irgendwie zu den Sicherungen. 0-180-66 mal die 6. Es muss ja dann irgendwo hier oben weitergehen, weil wir haben jetzt alles abgesucht. Oder habe ich den Sicherungskasten nicht gefunden? Wir gucken mal jetzt hier. Das hat schon irgendwie so Until Dawn-Vibes, das Spiel. Aha, da haben wir wieder diese Münze. Zwölf Stück haben wir von denen. Was heißt das? Das will ich mal gerne wissen. Vielleicht sind das auch Tokens, damit wir auch nach dem Spiel, wenn wir es durchhaben, irgendwelche Sachen kaufen können. Okay. Wir sind doch ganz woanders als gedacht. Guten Abend. Vielen Dank, dass ich Sie persönlich kontaktieren durfte. Ihr Verleger sagte, dass Sie sehr daran interessiert seien, von mir zu hören. Es scheint, dass wir ein gemeinsames Interesse haben. Ich habe mehrere Jahre damit verbracht, das ultimative Homes-Touristenerlebnis zu schaffen, indem ich das World's Fair Hotel originalgetreu nachgebaut habe. Wir haben noch nicht für die Öffentlichkeit geöffnet, da wir noch die letzte Hand anlegen müssen. Und ich bin der Meinung, dass ein Mann mit ihren Kenntnissen von der offiziellen Eröffnung unschätzbare Einblicke geben könnte. Daher lade ich Sie ein, das Hotel über das Wochenende zu besuchen. Das Erlebnis ist für Gruppen von fünf Gästen ausgelegt, sodass ich die Einladung auf vier Freunde oder Familienmitglieder ihrer Wahl erweitere. Ich muss darauf bestehen, dass die Einladung vertraulich behandelt wird, bis das Hotel öffentlich vorgestellt wird. Also laden Sie bitte nur Gäste ein, denen Sie vertrauen. Ich hoffe, dass Sie meine Einladung annehmen können. Bitte antworten Sie, um Ihre Teilnahme und die vier zusätzlichen Gäste zu bestätigen. Sollten Sie annehmen mit einer Limousine Sie und Ihre Gäste am Freitag um 19 Uhr. Ja. So war es ja. Mr. Grafum Dumont. Hallo, Grafum. Danke, ich würde gerne mitkommen. Ich bin sicher, dass ich meine Frau und meine beiden Töchter dazu bringen kann, mich zu begleiten. Mein Bruder Francis ist zur Zeit in der Stadt, also sind wir zu fünft. Ich vertraue Ihnen allen mit meinem Leben, also keine Sorge wegen der Vertraulichkeit. Okay. Guck mal, Leute. Immer, wenn ich Horrorspiele spiele, es ist leider, tut mir leid, es ist leider so. Ich übersehe sehr viel. Ey, die geht einfach runter, ne? Ich wollte noch nach oben. Da lag doch irgendwas. Geh doch, guck mal, wie lange die... Ey. Also bei der Engine haben die leider ein bisschen reingeschissen, muss ich ehrlicherweise sagen, Freunde. Das geht mir ein bisschen auf den Sack, dass die manchmal so unbeweglich sind, die Charaktere, Digga. Schon ein bisschen komisch. Okay. Also wir haben jetzt nicht die Sicherung gefunden. Ich bin ja sozusagen rumtörkeln gewesen, Alter. Muss mal gucken, wo wir jetzt lang müssen. So. Wir haben jetzt eine Ehrenrunde gedreht. Wir müssen halt gucken, wo das scheiß Kabel hier langführt. Weil wir waren doch hier überall. Willst du mich verarschen? Wo ist denn die verdammte Kacksicherung? Wir müssen jetzt mal genauer gucken, Leute. Bevor wir irgendwas übersehen wieder. Und genau jetzt... Deshalb habe ich Angst. Ich habe Angst, ich fokussiere mich auf was anderes. Und auf einmal werde ich gleich erschreckt. Was ist denn hier? 080, safe. Und was soll man wetten? 980? Und bewegte... 980, safe. Oder was sagt ihr? Wegen diesem Türschild. Das kann ich mir nur vorstellen. Was? Schalt den Strom wieder ein. Ist der Strom da drin? Nee. Oder? Ich habe den Code doch gefunden. Ich habe den Code doch gefunden. Scheiße. Ich dachte, das wäre der Code, ey. Da waren wir doch auch schon mit dem Richarlison wieder. Also wir gucken mal ein bisschen genauer nach. Das kann doch nicht sein. So. Hier waren wir. Das haben wir auch alles. Da war es noch, oder? Da. Hat man das auch schon, oder nicht? Bestellnummer. Das hatten wir auch schon gehabt. Ey, Mann. Wo geht es hier weiter? Also, wir müssen diesen Code eingeben, um da rein zu können. Ich hätte safe gedacht, dass der Code diese 980 ist, ne? Hätte ich safe gedacht. Haben wir den vielleicht sonst übersehen in irgendeinem Brief oder so? Kann ich mir echt nicht vorstellen. Ich will jetzt wissen, was ich falsch gemacht habe. Vielleicht habe ich doch gar nichts falsch gemacht. Vielleicht habe ich auch einfach irgendwas übersehen. Ja, Mann. Ich dachte, es ist safe. Es ist nur... Aber es stand doch nur 980 dort, oder? Das ist auf jeden Fall der Raum für den Strom. Es ist wirklich... fairer als gedacht, muss ich sagen. Jetzt kann man auch irgendwie hinter die Bühne gehen. Nope. Und hier kommen wir wieder zurück. Das alles ergibt keinen Sinn, Freunde. Ich würde so gerne wissen, was ich jetzt übersehen habe, ne? Ich würde das so gerne mal wissen. Weil dieser Raum, da muss man einen Code eingeben. So. Und wir haben die ganzen Briefe gehabt. Also, woher kriegt man diesen verdammten Code? Ich hätte gedacht, dass das der Code wäre, weil das ja auch einem so eingeblendet wird. Wisst ihr, wie ich meine? Und da steht ja 080. Deswegen, das wäre das einzige in meinen Augen, was Sinn gemacht hätte. Aber finde ich gut, dass man auch ein bisschen rätseln muss. Oder es kann sein, dass die Lösung so simpel ist. Und ich einfach... ...es nicht hinkriege. Der lässt wohl werde wieder lost unterwegs. Ey, das kann nicht sein, Mann. Ich schwöre, das kann nicht sein. Das regt mich gerade richtig auf. So, wir sind ja hier langgegangen. So. Dann kann man ja nur rechts lang gehen. Dann kommen wir in den Raum rein. Vielleicht haben wir hier was über. Vielleicht ist das hier. Grand Opening. Vielleicht ist der Code große neue... 1717. Könnte auch sein. Wegen der Eröffnung. Guck mal da. Das kann doch nicht wahr sein. Eines digitalen Schlosses. Guck mal, ich sehe doch da deinen Code. Seht ihr den Code? 04. Ich sehe doch da deinen Code. 0451. Digga, einfach hier nach links geguckt, ne? Das ist krass. Ich kann mir schon gut vorstellen... ...dass das nicht jeder direkt gesehen hat. 0451 ist der Code. Aber mein Tipp hätte auch sein können. Ehrlich. So wie ich das vorhin gesagt habe. 0451. Aha. Wo ist das denn? Gott sei Dank. Etwas aus diesem Jahrhundert. Oh Gott. Bruder, was ist das denn für eine Scheiße wieder, Alter? Zack. Oh. Zack. 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 Und er geht nach links. Und nach oben. Und es werde Licht. Ja, ins Foyer zurück. Digga, jetzt wird es ekelhaft. Mann, es war gerade so entspannt. Geht das jetzt? Ne. Das ist ja nichts angeschlossen, ne? Was ist das für eine kranke Scheiße, Alter? Mit diesen Puppen, Alter. Das hört sich mal gut an. Boah, er guckt mich gleich an. Ich schaff alles, Digga. Ich schaff alles. Ich hasse sowas, ne? Ich hasse Puppen. Uhuhuhu. Was ist das denn? Verdammt. Bruder. Mein Gott, bin ich zusammengezuckt, Alter. Boah, ich kriege Gänsehaut. An meinen Eiern sogar. Gut, dass wir das gesehen haben. Um eine eigene kleine Burg zu bauen. Genauso wie Holmes. Die meisten wie ich machen ihre Geschäfte dort, wo ihr Ziel lebt. Die wollen wohl gefasst werden. Holmes' Idee war genial. Man muss mit Honig eine Falle nehmen. Haben Sie was zum Rauchen mitgebracht? Haben Sie? Lucky Reds? Ja. Und die sind wie Gold hier drin. Scheiße ist das gerade. Also ja. Ein Honigtopf. Holmes hat ein Hotel gebaut. In der Nähe der Weltausstellung. Und nannte es das World's Fair Hotel. Und hat in Zeitungen neben Werbungen für die Ausstellung annonciert. Natürlich nahmen dann alle an, es wäre das offizielle Hotel. Maun, Park Hattle. Konnen mit dem Zug aus. Nebraska. Sie reisten drei Tage. Das ist krank. Das ist alles wahr, glaube ich. Sie sind böde und wollen sich ausruhen. Begeben sich auf ihr Zimmer. Und hoppla. Wer hätte das gedacht? Holmes hatte eine Gasleitung. Sie ist unterm Bett. Vergiftet sie. Oder er öffnet eine Falltür. Vielleicht trennt er sie und eine Person muss durch ein Fenster zusehen, während er den Hals der anderen aufschnitzt. Das haben wir gesehen. Das ist der Vorteil eines Honigthams. Es gibt immer genug Ziele. Warum sind es all die Häuser nördlich des Flughafens geworden? Die ganze Nachbarschaft sollte abgerissen werden. Und doch, all die Damen in den Maklerbüros haben das wohl nicht mitgekriegt. Ich ruf Sie an als Bauherr. Sag ich sei stinkwütend. Sie müssen sich dort mit mir treffen. Und sieh mal an. Außer uns meilenweit keine Menschensäle. Anfangs hab ich noch gewartet, bis ein Flugzeug drüberflog, um die Schreie zu übertönen. Aber nach einer Weile fiel mir auf, Sie können so laut schreien, wie Sie wollten. Niemand würde Sie hören. Schöne Erinnerungen. Diese Schreie. Versuchen Sie ruhig zu verstehen, warum ich so bin. Setzen Sie ruhig Ihre forensische Wissenschaft ein. Aber Sie werden es nie wissen. Sie werden es nie wissen, Montaigne. Sie werden nie wissen, wie sich das anfühlt. Ich schwöre, das ist krank, Alter. Das ist wirklich krank. Die Serienmörder haben alle einen Dachschaden, ehrlich. Wie sieht's aus, Jamie? Ein paar Elektrikprobleme, aber können gleich losgehen. Sieht gut aus. Genau wie Gaslicht. Mit einer Halterung und Folie könnte ich einen Flacke-Effekt hinkriegen. Das reicht schon so. Bisschen was ist noch zu tun, wenn Kate da ist. Dauert aber nur ein paar Minuten. Billigend, danke für dein Loblied beim Essen. Neugierig, wo sind die anderen? Wo sind die anderen neugierig, würde ich fragen, weil alle sind weg. Das würde mich interessieren. Wo sind die anderen? Wenn sie klug sind, dann sind sie schon auf dem Weg hierher. Ich bin fast fertig. Ich kann sie gleich holen gehen. Bitte. Was zur Hölle? Bitte, bitte bleib zusammen. Hey, hey. Hey, Hilfe. Ich brauche Hilfe. Ich kann nichts sehen. Ich... Leute. Leute, bitte. Aaron? Ich krieg die Tür nicht auf. Ich... 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 Ich krieg die Tür nicht auf. Holt mich hier raus. Alles okay. Wir sind da. Ganz ruhig, Aaron. Alles wird gut. Ich... 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 Ich brauche meinen Inhalator. Ich... Ich... Brauche meinen Inhalator. Scheiße. Sie hat einen Asthmaanfall. Wie ist deine Zimmernummer? Ich... Schnell! Charlie, wo ist Ihr Zimmer? Nebenan. Den langen Flur da runter. Aaron, ich hole ihn. Versuch ganz langsam zu atmen. Wir sind hier, Aaron. Bleib ganz ruhig, okay? Ziel die Atemtür. Eins, zwei, drei, eins. Eins, zwei, drei, aus. Wir müssen diese Tür aufbrechen. Leute. Ich... Ich krieg... Such etwas, um die Tür aufzubrechen. Mark und ich versuchen es weiter. Mein Gott. Wer ist da? Oh mein Gott. Hier ist jemand, würde ich sagen. Ich... Ich... Leute. Leute, hier ist jemand. Bei mir. Oh Gott. Oh fuck. Ich würde angreifen. Das ist eine Falle. Wo sind denn die anderen? Tretet doch die scheiß Türe auf, ihr Idioten. Oh mein Gott, nein. Jetzt kommt das, was aus der Vorschau war. Nein. Nicht. Nein. Woher soll ich wissen, dass an ihrer Kamera so ein Ding dran ist, Digga? Ich dachte, ich will den damit schlagen. Erin hat ihren Inhalator benutzt, als sie wegen des Stabs nicht atmen konnte. Die maskierte Mann töte Erin, nachdem sie ihn angegriffen hatte. Ich glaube, man kann keine Leute zurückholen. Es ist passiert. Es ist passiert. Es ist passiert. Was? Wo zur Hölle ist sie? Nicht hier. Offensichtlich. Hier ist niemand. Wo ist sie? Weiß nicht. Erin? Erin! Sie hat einen Ausgang gefunden. Eine zweite Tür, eine Luke oder sowas. Ausgang? Das ist eine Abstellkammer. Aus. Erin ist verschwunden. Scheiße. Scheiße, Mann. Das ärgert mich gerade richtig, ne? Aber es ist passiert. Wir können nichts dran ändern. Aber Bruder, wer hat denn... Bruder, habe ich auch... Warte mal. Hier, ich hole meine Kamera raus. Oder meine Gerät. Habe ich hier unten so einen Stachel oder was? Ich habe gedacht, die nimmt das und haut dem das so über den Kopf. Weil ich habe ja gewusst, in der Vorschau wurde sie aufgespießt. Aber da war ja nichts Spitzes zu sehen. Deswegen, was würdet ihr denn machen? Ich würde auch nicht dieses Asthma-Spray nehmen. Ich würde mir denken, okay, cool, der hat das so. Ich greife da hin. Und genau wenn ich reingreife, nimmt er meine Hand und macht was, was ich was. Würde ich niemals vertrauen. Und vor allem so einem dunklen Licht. Niemals, Digga. Ich hätte angegriffen. Ich hätte mich gewehrt. Scheiße, Alter. Oh mein Gott. Der Kurator? Ja, wir sind beim Kurator. Ah. Da sind sie ja. Scheiße. Arme Aaron. So ein grausiger Tod. Es war kein guter Zeitpunkt für Heldentaten. Scheiße. Na, wo ist jetzt unser Gastgeber, Mr. Dumette? Offenbar hat er die Insel verlassen. Noch vor dem Abendessen. Wie unhöflich. Charlie hat es geschafft, die Moral der Truppe zu heben. Gut so. Denn es warten noch viele Herausforderungen. Ich beobachte nur. Und das kann sehr frustrierend sein. Manchmal beneide ich sie. Ich protokolliere nur. Sie aber greifen ein. Eilen Sie lieber zurück, bevor einer unserer Freunde eine schlechte Entscheidung trifft. Also Leute, wir können keine anderen wiederbeleben. Wiederbeleben geht nicht. Ist aber auch besser so. Ich ärgere mich über die Entscheidung. Sie ist hier irgendwo. Sie muss hier sein. Aber schreibt mal rein. Es gibt sicher eine einfache Erklärung. Wie hättet ihr gehandelt? Mann, eine winzige Entscheidung. Sie tritt von der Bühne. Unser ach so sicherer Anführer. Was war das? Charlie. Tritt durch. Denk nach. Und sieht dabei aus wie ein trotziges Kind. Vielleicht hat er recht. Ohne diese Folge sind wir alle erledigt. Machst du Witze? Was? Ich meine doch nur... Seit Jahren warte ich darauf, dass du mal irgendwas entscheidest. Irgendwas. Und jetzt sowas? Gerade jetzt zeigst du plötzlich Rückgrat? Die Show ist also wichtiger als Aarons Verschwinden? Ich bitte dich, Mark. Wir finden sie und hauen ab. Ihr zieht voreilige Schlüsse. Mark, ich weiß nicht, wieso ihr zwei plötzlich eure Meinung geändert habt. Aber Kate hat recht. Ohne die Show sind wir alle am Arsch. Ach, mir egal. Scheiß auf die Show, Liga. Es geht um Menschenleben. Gut. Hier ist der Plan. Wir haben schon einen Plan. Wir verschwinden. Jetzt, hör mal. Los, lasst uns einfach weitermachen. Ich werde Dumette suchen gehen und alles mit ihm klären. Ich finde, nachdem er uns beim Essen versetzt hat, schuldet er uns ein Interview. Und Aaron lassen wir allein? Sie taucht schon auf. Bravo, Charles. Du konntest dich echt gut selbst täuschen. Dumette ist weg. Das hab ich gesehen. Vielleicht ist er wieder da. Vielleicht auch nicht. Würde es dich umbringen, nur einmal positiv zu denken? Auf einer Liste von Charlies Ideen ist es nicht die schlimmste, die er hatte. Ist nicht mal die schlimmste, die ich heute Abend hatte. Halt dich zurück mit dem Selbstlob. Deine Prioritäten sind trotzdem beschissen. Von mir aus. Ich gehe. Ich komme mit dir. Wenn wir eh nach Dumette suchen, finden wir vielleicht auch Aaron. Scheiße. Mir ist egal, was er sagt. Mir reicht's. Ich packe meine Sachen. Kate. Ich verschwinde, Mark. Kommst du jetzt oder nicht? Ja. Klar doch. Warum können wir solche Sachen nicht entscheiden? Das wäre viel krasser. Okay, du Genie. Wo suchen wir zuerst nach Dumette? Ich suche nicht nach Dumette. Ich checke Einstellungen. Falls er mir dabei über den Weg läuft, super. Aaron ist verschwunden. Wie kann dir das nur egal sein? Ich kann an mehr als eine Sache gleichzeitig denken. Weißt du, dank diesem Job hier habe ich endlich erkannt, wie echte Soziopathen aussehen. Tja. Freunde. Und das war's an der Stelle vom nächsten Devil in Me Let's Play. Also ich muss sagen, jetzt wird's immer interessanter, interessanter. Aber jetzt kommt die Hauptstory. Jetzt geht's richtig ab. Ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Und ihr seht, eine kleine Entscheidung hat alles verändert. Und die erste Person ist leider gestorben. So als Ziel sollte man natürlich im Spiel haben, alle zu überleben. Aber ich sage, ich handel so, wie ich gehandelt hätte. Und ich werde total misstrauisch. Wenn auf einmal jemand da kommt, ich kenne den nicht. Der weiß bescheid, dass ich ein Asthma-Spray brauche. Komplett alles dunkel. Der guckt mich so an. So hätte er mit mir geredet. Ey, ich habe was für dich. Hier, ich helfe dir. Wäre das wieder was ganz anderes. Aber er hat nichts gesagt. Nichts von sich gegeben. Und deswegen kann ich dem Ganzen nicht trauen, was er da gerade abgezogen hat, Freunde. Und ja. Scheiße. Scheiße. Hätte auch sein können, dass dieses Asthma-Spray da drunter, der drückt drauf. Aber man kommt aus dem Stachel raus und er sticht. Da hätte alles passieren können. Aber ja, so sind Entscheidungen. Man trifft sie. Man kann sie nicht rückgängig machen. Und ja. Schreibt rein, was ihr gemacht hättet. Wir sehen uns übermorgen bei der nächsten Folge. Und schreibt rein, Need for Speed oder Callisto-Protokoll zuerst. Ich würde aber sagen, wir starten mit Need for Speed morgen rein. Ihr entscheidet, Leute. Haut rein und ciao.